Und damit herzlich willkommen zurück bei Horror Brawl, ja, die dritte Staffel und man kann mittlerweile Mike und Liz spielen und ihr seht auch hier die Dingswelt, Ice Cream, ich hab grad echt überlegen müssen. So, schauen wir mal, wie muss das heute schlagen? Maschinengewehr, RIP. So, wo sind sie alle? So, wie tue ich was gleich wieder? Ich hab keine Ahnung mehr, es ist schon eine Weile her, dass ich das gespielt hab. Okay. Das war so. Okay. Heute. Wo ist unten? Whoop. Nein. Ich denke, ich höre die ganze Zeit Sachen. So, was haben wir hier? Ne, nur normale Warten. Nein, 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 nein. Gut, ich hab einen Kill. Wow. Äh, ich hab keine Munition mehr. Au. Ah. Pfft. Okay, das. Ging ein bisschen schnell, ich war grad ein bisschen überfordert mit allem. Okay. Machen wir nochmal eine Runde. So, Round 2. Wow, dies ist Englisch grad. Ah, also. Ich mein, wir können Road beschwören, wenn wir Edelsteine finden. Das ist, das ist schön. Nein, nicht zuschlagen. Erstmal das. Waffen, 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 Waffen. Munition. Munition. Es ist immer noch die gleiche Map. Wahrscheinlich schon, ich bin nur woanders gespawnt. Höchstwahrscheinlich. Nein. Nein. Und ich hab eine Herausforderung abgeschlossen. Sehr schön. Halt. Doi, seiner. Doi, seiner. Doi, seiner. Hallo. Äh. Ähm, hallo? Lol. Okay. Dann machen wir das halt so. Machen wir mal Double Kill. Äh, ne. Nein, nein, nein. Lass mich das eaten. Also, so, da hab ich schon voll. Hab ich schon voll. Ne, das ist immer noch die gleiche. Ja, 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 ja. Hat sie schon immer so ein bisschen geruckelt? Nur mal so nebenbei mal. Ich brauch keinen Scheinschleuder. Und hier. Erste Hilfe. Erste Hilfe. Brauch nicht. Ja, ich hab... Wie viel hab ich? Zwei von vier. Ich hoffe, ich bin normal. So, lieber im Zielmodus gehen. Oder auch nicht. Wie wissen wir noch? Hat er ja mal geschossen? Ne. Glaub ich grad nur. Ich glaube nur. Noch leb ich. Warte noch, wie lange? Machen wir hier? Nein, nicht schießen. Ist da was drin? Nö. Ruppetschwerden wäre echt ziemlich lustig. Ah, da bin ich schon mal runtergegangen. Das war mein Untergang dann. Aber nichts mehr zielen. Rennen. Rennen. Ja, schön, dass sich das Portal öffnet in einer guten Minute. Ist schön. Aber was ist... Was ist für ein Symbol gleich wieder? Lass mal... Es mal... Hinrennen. Nice. Nice. Nice, ja, da ist er. Es. Es. Oh, wappel, wappel, wappel. Ah! Wuh! Nö, 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 nö. Essen, essen. Essen. Aber schnell. Schnell. Ich brauch wieder Energie. So, vielleicht können wir da hinspannen. Ich hoffe. Ohne, dass wir draufgehen. Kann ich da draufklicken einfach? Ach, lol, ich kann einfach da draufklicken. Oh! Okay. Wir sind rot. Wir sind rot. Haha, wie geil! Wie geil! Aber halt leider nur eine knappe Minute. Portal geöffnet. Ja, ja, ich sehe das Portal. Genau vor meiner Nasen. Oh, schade. Okay, das war ein kurzer Spaß jetzt. Aber es war cool mit Rot. Und ich bräuchte nur noch... Äh. Leil, wo hab ich denn hinschossen? Ich hab doch nie mal... Ich hab doch nicht mal da hinschossen und trotzdem... Ist okay. Okay. Das Rocken ist nicht so okay, aber... Okay. Nice! So, theoretisch... Nur noch... Jawoll! Normal! Also cool! Normal, 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 normal. Mal schauen, vielleicht kriegen wir nochmal einen epischen Sieg hin. Mal schauen. Sooo... Erstmal andere Waffen. Andere Waffen. Naja, Steinsch... Ja, Steinschleuder ist okay, aber... Äh... Äh... Da hab ich mal Steinschleuder weg und nehmen wir lieber die Heilung mit. Ist sicherer. Hallo? Nein. Niemand da? Ich sammel's da fein. Give me that! Hm, Steinschleuder. Ach so. Ja, Munition für Steinschleuder. Wow! Und? Uh... Ist das jetzt nicht schlau? Ach so, kann ich grad nicht mal aufswinnen. Hä? Oh, da ist jemand. Hallo? Oh. Oh, das ist blöd. Das ist jetzt blöd. Ah! Äh! Oh, aber, 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 aber! Aber, aber, aber! Oh. Das wird... Nix! Äh, hallo? Pff! Okay, das war nichts. Das war nichts. Eine Runde mal nur, eine Runde mal nur. Aber jetzt, seht ihr so mal, Staffel 3 von Horror Brawl. Ich glaube, ich bin in den Spielen echt viel zu langsam. Okay, wir starten auf dem Friedhof. Okay, sehr einladend. Ja, wie immer, wie ich dachte, nehmen, wie man es nimmt. So. Steinschleuder, mal wieder. Hm. Wie gesagt, nicht so ein Fan davon. Maschinenquär schon eher. Da lässt sich was damit anstellen. Kann ich da... springen? Ja. Ne. Nichts Interessantes. Da geht's ja schon voll ab, auf der Map, weißt. Geht's schon voll ab, hey. Oh, da sind sie. Äh! Wie, schon wieder keine Munition mehr. Äh! Oh, von Rod Sullivan. Okay, dann, dann nehm ich den Last mal hin. Okay, dann lass ich's gut sein mit Horror Brawl. Jetzt habt ihr ja Staffel 3 gesehen. Auch die neuen Charaktere, das Mike, die man spielen kann. Wenn ihr hier klickt, gibt's auch noch ein Horror Brawl Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und man sieht's im nächsten Video wieder. Macht's gut. Und dann geht's.